Morgens am Strand aufwachen und nackt ins Meer springen – hach! Schwierig bei einem All-Inclusive-Hotel-Urlaub und erst recht in einer globalen Pandemie. Deswegen sind hier 5 Gründe, warum Caravaning die coolste Art zu reisen ist. Ob oben auf einem Berg, am Ufer eines Sees oder mitten auf einem Feld. Wer mit dem Reisemobil unterwegs ist, ist überall zu Hause – sogar mit Sicherheitsabstand. Einmal gut gepackt, ist das kleine Zuhause perfekt ausgestattet. Gerade in der aktuellen Lage heißt es, es lebe die Unabhängigkeit. Über eine Million Reisemobile und Caravans sind in Deutschland angemeldet. Ob zwischen coolen Surfern mit Bulli am Strand oder mit Kids und Womo auf dem Campingplatz. Camper-Freundschaften halten ein Leben lang. Zwar liegt der Durchschnittspreis, den die Deutschen für ein Reisemobil zahlen, bei 71.000 Euro, aber einen gemütlichen alten Bulli kriegt man schon für weit weniger. Wer sein Mobile Home einmal angeschafft hat, der spart bares Geld. Zum Beispiel bei Hotel, Verpflegung oder teuren Flügen. Die Hotelbuchung wurde aufgrund von Corona storniert, Hunde sind im Hotel verboten und Kinder im Restaurant unerwünscht, Probleme über die Caravan-Reisende nur müde lächeln. Ob Luxusliner mit PKW-Garage und Whirlpool oder der selbst ausgebaute Bus mit provisorischer Kochstelle und semi-weicher Matratze. Rein in den Caravan und Urlaub machen. Mit Abstand natürlich.